Hallo zusammen, Ende des Monats ist es soweit, wir wollen Arise Shine feiern. Nun, wir wissen alle, wir können noch nicht reisen, Surprise Seedolle kann leider nicht kommen und wir können uns immer noch nicht live vor Ort treffen. So, wir haben einen Plan und wir werden alles Livestream zu dir nach Hause senden. Wir haben an Pfingsten, Freitagabend, Samstagabend und Sonntagmorgen drei Sessions geplant, wo wir Arise Shine zusammen feiern. Du kannst diese Streams teilen mit deinen Freunden zu dieser Zeit, weitere Leute einladen. Wir haben genügend Sitzplätze im Livestream, so die ganze Welt hat Platz. Freitagabend werden wir einen Worshipabend haben mit unserem grossartigen Worship-Team aus der Gemeinde und am Samstagabend werden wir eine Podiumsdiskussion haben. Zwei Ehepaare aus unserer Leitung, Florian Schürenberg und Damaris Schürenberg und Ruth, meine Frau und ich, wir werden zusammen über Kingdom Family uns austauschen, sprechen, was heisst es Königreichsfamilie zu sein, das Königreich auszubreiten, im Kleinen zu Hause, in der Gemeindefamilie hier miteinander vor Ort, in unserer Region und darüber hinaus als weltweite Gemeinde, als Familie Gottes, das Königreich Gottes ausbreiten und die Liebe Gottes ausbreiten. Und am Sonntagmorgen, da feiern wir einen Gottesdienst, wo es darum geht, dass der Heilige Geist neu sich ausgießen will, wie es am Pfingsten zum ersten Mal geschehen ist. Der Heilige Geist wartet und brütet immer noch über unserem Planeten, dass er mit der Liebe Gottes und der Auferstehungskraft wirksam sein kann und er möchte dich damit erfüllen, dich ausrüsten, damit du richtig bereit bist, um die Liebe Gottes in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld, in die Welt hinauszutragen. So, ich freue mich auf Pfingsten. Arise, shine!